sehr geehrte herr steinmeier ich bin nicht der einzige mensch auf der erde der materie systematisch aufarbeitet und ich fände es ganz nett von ihnen wenn sie die paar tage geduld hätten bis ich mit den sachen durch bin mit mathe auch und jetzt alles und so ja also ich finde unerträglich wenn sie mich dafür angreifen dass ich irgendwie mal mich ich mich paar tage in der materie vertiefen das machen andere menschen auch in ihrem job so und das problem mit den videos hier ist einfach nur dass er halt immer so vom vom gesicht gefilmt ist und das halt zu nah aussieht weil man normalerweise film auch schön sieht man von bisschen weiter weg und das geht bei den videos nicht wegen der audios weil die audios nicht stark genug sind ich stelle jetzt mal hier die kamera mal hierhin damit sie mich noch ein bisschen von ferne trachten können ja so siehst du mal steinmeier sieht doppelt schön aus